Ich stehe hier am großen Barrier Reef und ich habe mir vorgenommen, einmal unter dieser Mangrove hindurch zu tauchen, um die unglaubliche Unterwasserbild dieses einzelnen Naturreservates zu erkunden. Extra für diesen Zweck habe ich mir eine Kamera gekauft, die unter Wasseraufnahmen macht. Von der unglaublichen Fauna und Flora dort unterhalb des Wasserspiegels. So, start and then we are gonna dive. Check, check. Check. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020